Du spielst mit Feuer, und wir brennen nicht der Luft. Kleine Frau mit großer Stimme, unser Vorschlag Nummer 1. Mein Name ist Lina Anastasia aus Bad Karnberg und ich hab euch meine neue Single Spiel mit Feuer mitgebracht. Du spielst mit Feuer, und wir brennen nicht der Luft. Als Band-Sängerin schlägt Sina Anastasia sanftere Töne an. Doch bei ihrer eigenen Musik lässt sie es richtig krachen. Hardrock und Schlager, geht das überhaupt? Ich bin schon, und es geht richtig ab. Du spielst mit Feuer, und wir brennen nicht der Luft. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr für mich voten würdet, und wir gemeinsam die Schlagerwelt rocken.